Explosion in Flüchtlingsunterkunft, mehrere Verletzte und ein Toter Buchholz an der Nordheide, Landkreis Harburg, Großeinsatz in Buchholz in der Nordheide Gegen Mittag ist ein Wohncontainer der dort ansässigen Flüchtlingsunterkunft in der Bremer Straße in Flammen aufgegangen. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Eine Person konnte nur noch leblos geborgen werden. Wie Wiebke Hennig, Pressesprecherin Polizei Harburg, vor Ort mitteilte, sei die Polizei zunächst zu einem Streit gerufen worden. Demnach hätten zwei Beamte zusammen mit zwei Heimmitarbeitern die Unterkunft betreten und kurz darauf Benzingeruch wahrgenommen. Wenig später sei es dann zur folgenschweren Explosion gekommen, die mutmaßlich von einem der Bewohner ausgelöst wurde. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, so die Sprecherin. Durch die Explosion und den daraus entstehenden Vollbrand sind 20 Menschen verletzt worden, darunter auch ein Mitglied des Heimpersonals sowie zwei Polizisten. Ein 44-jähriger Oberkommissar musste wegen lebensgefährlicher Brandverletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf SH-Nachfrage gaben sowohl Polizei als auch Feuerwehr an, momentan keine weiteren Auskünfte über den Vorfall und den mutmaßlich Täter zu geben. Sie bestätigten aber eine lieblos aufgefundene Person. Inwiefern der Leichnam in Zusammenhang mit dem Brand steht und ob es sich dabei um den Täter handelt, müsse jetzt identifiziert werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung den umliegenden Bereich weiträumig, zu meiden, um die weiteren Rettungsarbeiten nicht zu behindern. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen, wie es am Nachmittag in einer Mitteilung hieß. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte und drei Hubschrauber im Einsatz. Sobald es der Tatort zulasse, sollen dann die Spurensicherung und Brandursachenermittlung erfolgen. Sobald es der Tatort zulange seitens nach dem